Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forello und in diesem Video möchte ich euch ein Tool vorstellen, nämlich Euler Pool, mit dem ihr günstige Aktien finden könnt und Aktien auch sehr, sehr gut analysieren könnt im Generellen. Und ja, was dieses Tool alles kann und wie es funktioniert, das möchte ich euch alles mal vorstellen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist an sich ein Tool, was sehr, sehr viele Dinge ja auf einmal kann. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt gerade die Frage stellt, zum Beispiel die Microsoft-Aktie, ja soll ich die kaufen oder soll ich die nicht kaufen? Ist sie vielleicht gerade günstig bewertet oder nicht? Wann zahlt sie Dividende, wann nicht und so weiter? Das können wir alles beantworten mit Euler Pool. Und ja, Euler Pool ist an sich ein ganzheitliches Tool, wo du eben zum Beispiel Kennzahlen auf einmal findest, wo du den Dividendenkalender findest mit genauen Ex-Daten und eben auch Zahlungsdaten und dann letztendlich auch ein Fair Value angezeigt bekommst pro Aktie, also ob eine Aktie aktuell günstig bewertet ist oder zum Beispiel auch Analysten-Ratings aktuellste sind dort eben vorhanden und damit eben eine sehr, sehr umfangreiche Datenbasis, um eben eine Kaufentscheidung zu treffen. Natürlich nur erste Indikatoren, eine genauere Analyse solltest du dann immer noch machen, aber an sich einfach, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich sowieso, wenn man sich einfach mal die Frage stellt, sollte ich eine Aktie kaufen oder nicht, braucht man in der Regel erstmal einige Indikatoren, um festzustellen, okay, ist denn die Aktie überhaupt aktuell interessant. Ja, hier siehst du zum Beispiel mal den Fair Value, das schauen wir uns alles im Detail jetzt nochmal in Ruhe an. Ich möchte euch jetzt einfach nochmal einen kurzen Überblick hier auch geben, was Euler Pool so alles kann. Ist übrigens auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und nutze ich auch selber. Ja, an sich, wie gesagt, es ist für mich einfach ganz gut, wenn ich am Anfang eben mich auf die Besuche begebe nach einer neuen Aktie, die ich kaufen möchte oder eben spezifisch nach einer Aktie suche und eben schauen möchte, wie die aktuell so ausschaut, wie sie eben aktuell auch bewertet ist, dann gehe ich hier zum Beispiel auf Euler Pool. Du hast hier bei den Kennzahlen die Möglichkeit, nach jeder x-beliebigen Aktie zu suchen. Wir nehmen jetzt einfach mal Microsoft und hier siehst du im Prinzip den Chart. Klar, das können andere Programme auch. Dann kommen aber ganz, ganz wichtige Daten und da ist eben auch ganz, ganz interessant zu sehen, wie sich Microsoft so in der Vergangenheit geschlagen hat, so zum Beispiel umsatzmäßig oder auch gewinnmäßig und wie auch so die Prognosen sind. Also du siehst ja auch immer, Prognosen für die nächsten Jahre sind natürlich Prognosen, noch keine festen Kennzahlen, aber an sich ist hier wirklich alles sehr, sehr gut aufbereitet und eben auch mit einer guten Datenbasis hinterlegt. An sich, du siehst auch schon aufbereitete Kennzahlen wie das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel, die Dividendenrendite auch historisch im Verlauf. Du siehst Ausschüttungsquoten, also wirklich sehr, sehr viele Kennzahlen hier auf einmal, ohne jetzt 100 Millionen neue Webseiten zu öffnen und da irgendwie kompliziert zu suchen. Und dann hier wirklich ein Tool, was ich sehr, sehr spannend finde, nämlich das Fair Value Tool. Du siehst hier im Blau den Chart quasi von der Aktie, wie er eben ja an sich bei jedem anderen Programm eben auch zu finden ist und dann siehst du hier in Weiß quasi den Fair Value. Also das ist im Prinzip hier in Weiß der Wert, wo man sagen kann, bei diesem Wert ist die Aktie eben historisch günstig oder fair bewertet in dem Fall. Alles drunter wäre günstig und alles drüber wäre teuer oder überbewertet. In dem Fall also ist der blaue Kurs unter der weißen Linie. Ja, man sieht es so ein bisschen, also knapp 10% drunter und dementsprechend könnte man sagen, aktuell rund 10% ja unterbewertet. Das Ganze ist natürlich nur ein Indikator und ist natürlich kein absolutes Signal dafür, dass man jetzt unbedingt einsteigen muss. Aber wirklich hier sehr, sehr interessant für jede Aktie zu finden, eben diesen Fair Value und damit eben zu sehen auf den ersten Blick, okay, könnte die Aktie aktuell unterbewertet sein, ja oder nein. Dann haben wir eben auch hier noch die Aktienanalystenempfehlungen. Also was sagen die Aktienanalysten aktuell zu der Aktie? Wie viele sagen stark kaufen? Wie viele sagen kaufen? Vielleicht auch nur halten oder verkaufen oder vielleicht sogar starkes verkaufen. Und hier sehen wir auch noch dann den Zielpreis, den durchschnittlichen, den die Analysten sehen und dann eben auch noch mal zu der einzelnen Aktie eben ganz spezifische News. Eben in dem Fall jetzt zu Microsoft, was eben auch sehr, sehr spannend ist, wie ich finde. Also im Prinzip ein Cockpit, wie kannst du dir vorstellen, wie in einem Raumschiff, wo du eben alles schön beieinander hast, ohne jetzt eine Million neue Webseiten öffnen zu müssen und da irgendwie ja total kompliziert suchen zu müssen. Ja, an sich, du findest hier auch bei Strategien unter dem Reiter eben ganz, ganz viele Unterpunkte, wo du eben hier eine schöne Auflistung hast, alles schön aufbereitet, in dem Fall zum Beispiel unterbewertete Aktien. Da ist eben auch noch mal das Ganze mit dem Fair Value dargestellt. Auch ein kleines, ja, informatives, theoretisches, ja, Wissen, was hier eben noch bereitgestellt wird. Also falls du da noch kompletter Anfänger bist und noch nicht weißt, was ein KGV ist, ist hier komplett, ja, dargestellt. Und hier eben auch noch mal die, ja, Erklärung, was ein Fair Value ist und wie es eben abzulesen ist aus dem Chart. Und dann auch ganz praktisch unten eben noch mal drunter eine schöne, ja, interaktive, ja, Tabelle, wo du eben zum Beispiel hier nach Kurs-Gewinn-Verhältnis und KUV, also Kurs-Umsatz-Verhältnis, eben auch hier das Ganze auflisten und sortieren kannst und dann natürlich eben auch in die einzelne Aktie reinspringen kannst mit einem Klick und dann hier wieder bei der gewohnten Übersicht bist. Auch hier zum Beispiel SAP, eine Aktie, die ja nicht nur auf den ersten Blick, sondern eben auch tatsächlich auf den zweiten Blick hier im Fair Value sehr, sehr günstig ist von der Bewertung her und von daher für mich zum Beispiel auch aktuell kaufenswert. Natürlich keine Anlageberatung, aber an sich, das ist einfach ein schönes Tool, um auch zu sehen, ja, es ist nicht nur ein Gefühl, dass die Aktie aktuell günstig ist, sondern sie ist tatsächlich auch günstig bewertet. An sich, ansonsten siehst du hier noch ganz andere Strategien, kannst dich einfach mal durchklicken, was ich auch noch spannend finde, wenn du jetzt auf der Suche bist, zum Beispiel, okay, du willst jetzt unbedingt, sagen wir mal, eine Autoaktie haben. Weißt aber nicht, welcher Autohersteller ist jetzt besonders gut, dann gehst du ja einfach unter das Ranking der Autohersteller und kannst hier eben genau nach der Kennzahl sortieren, die du eben haben möchtest. Siehst hier jetzt zum Beispiel KGV-mäßig, dass ja Tesla hier mit dem höchsten KGV unterwegs ist und dann eben absteigend und da kannst du jetzt zum Beispiel dann sagen, okay, ich suche jetzt eine Autoaktie mit besonders niedrigem KGV, das wäre jetzt hier in dem Fall dann zum Beispiel VW oder sowas. Also ist einfach sehr, sehr spannend, um herauszufinden mit einem Klick in einer schnellen Suche, was eben aktuell in welcher Branche eben wie bewertet ist. Auch ganz, ganz spannend, Insider-Käufe und Verkäufe. Also hier siehst du eben noch unter dem Reiter Insider eben die aktuellen Transaktionen von CEOs zum Beispiel, von Aufsichtsratsmitgliedern. Also die sind natürlich auch mal ein guter Indikator, um zu sehen, okay, wenn jetzt gerade der CEO von Bayer eben ganz stark Aktien kauft, ist das vielleicht ein Grund dafür, dass die Bayer-Aktie interessant ist für einen Kauf. Du kannst das Ganze auch filtern nach Tagen, also in den letzten sieben Tagen, in den letzten 30 Tagen. Also auch hier viele Auswahlmöglichkeiten, die es dir wirklich erleichtern, sowas zu finden. Und was mich auch mal ganz, ganz viele fragen, ich bekomme tagtäglich eigentlich Nachrichten mit, du weißt ja eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt hier die Abbott-Aktie, wann muss ich denn da investiert sein, um die Dividende zu bekommen? Ja, frag nicht mich, frag Euler Pool, die haben es dir nämlich hier sogar schön aufgelistet. Du siehst ganz genau, wann der Ex-Tag ist, also wann du investiert sein musst und wann dann auch der Zahltag ist, also wenn die Dividende eben ausgezahlt wird. Das zu jeder Aktie im Prinzip kannst du einfach mal suchen und da dann eben auch genau sehen, wie im Dividendenkalender eben die Dividenden, ja mit Ex-Tagen und auch Zahltagen eben dargestellt sind. Ohne großartige Suche, einfach nach der Aktie kurz suchen, die du haben möchtest und zack, hast das Ergebnis. Hier sind auch noch viele Aktienanalysen von der Community, aber eben auch professionelle Aktienanalysen von Euler Pool. Kannst dich auch einfach mal durchklicken, ist auch sehr, sehr spannend. Du kannst eine eigene Watchlist erstellen, das Ganze aber dann auch nur mit eigenem Account hier bei Euler Pool, also musst dich registrieren und kannst dann eben auch Alarme einstellen, also zum Beispiel einen Kurs- oder Dividendenveränderungsalarm, wo du dann eben auch Bescheid bekommst, wenn der Kurs sich stark verändert oder eben die Dividende, irgendwas passiert. Und in dem Fall wirklich ein sehr, sehr schönes Cockpit, wie gesagt, sowohl für Aktien zum Researchen, aber eben auch für deine eigenen Aktien, die du vielleicht in eine Liste hier reinpacken möchtest und somit im Prinzip dann nichts mehr verpasst, immer auf dem aktuellen Stand bist und auch eine schöne Datenbasis hast und letztendlich mit Euler Pool einfach, ja, die Aktienanalyse deutlich vereinfacht wird und von daher nutze ich das, wie gesagt, auch selber. Natürlich ersetzt das keine umfangreiche Aktienanalyse, aber es sind einfach sehr, sehr gute Grundlagen dafür, eine Aktienanalyse zu starten oder eben auch gute Aktien zu finden. Ja, ansonsten, wie gesagt, probiere es gerne mal aus, kannst unten in der Videobeschreibung auf den Link draufklicken, da ist das Ganze direkt verlinkt, da kommst du auf die Seite von Euler Pool und ansonsten freue ich mich auch gerne mal über dein Feedback zu Euler Pool, wenn du es vielleicht schon genutzt hast und ansonsten, ja, schau es dir, wie gesagt, gerne einfach mal an und gerne auch einen Daumen nach oben für dieses Video da lassen, wenn es dir weitergeholfen hat und auch ein großes, großes Dankeschön für das tolle Kanalwachstum. Wir sind jetzt gerade, ja, sehr, sehr gut auf dem Weg Richtung 90.000 Abonnenten, also großes Dankeschön dafür, ich freue mich da über jeden neuen Follower, der jetzt auch neu dazukommt und wünsche dir alles, alles Gute bei der Aktienanalyse, gerne auch mit Euler Pool und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen und ja, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, viele schöne Renditen, mach's gut, dein Flo Farrell. Vielen Dank.